Ich bin Pepper und erzähle euch jetzt den Freitagswitz. Also, drei ältere Herren sitzen am Stammtisch und unterhalten sich über ihre Söhne. Sagt der Erste, mein Sohn hat mal Tankwart gelernt und mittlerweile gehören ihm sieben Tankstellen. Sagt der Zweite, wow, mein Sohn verkauft Klamotten und mittlerweile hat er zwölf Filialen. Der Dritte schweigt. Die gucken ihn beide an und sagen, und, was ist denn mit deinem Sohn? Ja, sagt er. Ich weiß gar nicht, wie ich das so sagen soll. Mein Sohn ist schwul und er hat zwei reiche Freunde. Dem einen gehören sieben Tankstellen und dem anderen zwölf Filialen. Vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt mir trotzdem einen Daumen nach oben. Falls ihr keinen Witz mehr verpassen wollt, lasst mir einfach ein Abo da. In diesem Sinne, schönes Wochenende und bis nächsten Freitag. Willkommen auf zum Schluss. Untertitelung des ZDF, 2020